Hey ihr Lieben! Ihr werdet einen wunderschönen Tag. Wir machen heute ein paar 2018 Triggers. Dafür bin ich mir ein paar alte Videos angeschaut. Nicht von mir, sondern von anderen ASMR-Tisten aus dem Jahr 2018. Und habe, sind es fünf, ich weiß es nicht, fünf Triggers sind es glaube ich, habe ich dann zusammengestellt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bei diesen ersten Trigger habe ich gesehen, bei den drei Dio-Mikrofonen. Die habe ich nicht. Aber nicht so schlimm. Hiermit geht es auch. Diese Ohrwärme waren mir damals so unangenehm, die zu tragen, als ich ein Kind war. Und jetzt sind die ja wieder im Trend. Wenn euch dieses Video gefallen sollte, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben. Vielleicht mache ich dann auch andere Haare. Ich musste gerade eine richtig lange Pause machen, weil es draußen so laut war. Aber jetzt kommt wieder zu den Blitz. Und jetzt wird das Licht nichts. Okay. Okay. Ich finde die Lidsound sind so sehr gläßig. Ich finde die Lidsound sind so gläßig. Ich finde die Lidsound sind so gläßig. Und die Lidsound sind so gläßig. Ich bin der Lidsound. Die Lidsound ist so gläßig. Ich kann die Lidsound sind so gläßig. Sogläßig. 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 Das scheint so. Sol de chanel. Sol de chanel. Sol de chanel. Ich komme jetzt zu einem helleren Ton. Zu einem höheren Ton. Und zwar ist das der Essence Multi Chrome Flakes Eyeshadow Chopper. Wo mein Auge jedes Mal davon gereizt ist. Ich bin hier fast. Ich bin hier fast. Ich bin hier fast. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich! Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich. Es gibt충 kleine Geräusche Davidson. Behe Swiss card talkin! Ein anschemker. Ich finde ihn richtig gut. Den Sound. Wir haben noch mehr Lid-Sounds. Den finde ich auch ganz gut. Ich muss das mal öfters verwenden. Das ist das Ritual. Das Ritual of Mayhem. Energizing... Sparkling hair and body mist. Sparkling hair and body mist. Sparkling. 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 Heute fühle ich die Dingels auch. Ich habe nur das Löffel, den Deckel von den Drogons Shampoo, Langharmidien, Can Relate, Can Relate. Lid-Sounds sind so unterschiedlich. Ich habe nur das Löffel, den Drogons Shampoo und den Drogons Shampoo und den Drogons Shampoo. Okay, ich habe noch einen ähnlichen Trigger. Gerade jetzt, bevor ich das höre, ich glaube, den machen wir jetzt als nächstes. Ich habe das Gefühl, dass Pächer jetzt nicht so ein Oldschool-Hasse mehr triggert sind. Oh mein Gott. Das ist mir gerade so krass. Ich weiß nicht, warum ich bin heute sehr empfindlich auf meinen Ohren. Deswegen muss ich die Lautstärke runterdrehen. . . . Was sagt dir das so dazu? Ist dieser Trigger nicht voll intensiv? Intensiv? Sorry, wenn ich mich nicht so gut im Vogels will. Ich bin hier. Hallo, Hallo, Hallo. Hallo, Hallo, Hallo. Hallo, Hallo. Okay, wir machen weiter und der nächste Trigger ist einfach Wir machen ein bisschen auf den Schrechchen. Before we're done, it's my favourite comment. Und dann... Und dann... Kleine feet, kleine, kleine feet. 2018 hat mein Channel noch nicht existiert. Doch, 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 doch. Mein Channel hat schon existiert. Ich glaube seit 2011 oder 2012. Aber ich habe erst im Januar 2019 angefangen Videos zu posten. Aber 2018 dann das erste Mal, dass sie mir entdeckt. Ich glaube dich essen wir Janina. So, doch dann essen wir Janina. Wann habt ihr angefangen? Ah, so mehr Videos zu schauen. Ich bin ganz so ein bisschen dieser Ambience-Typ geworden. Ich schau weniger als mehr, denn sichtlich. Aber dafür mehr Ambience-Videos. Okay, ich glaube wir sind bereit für den letzten Trigger. Wir machen mal den Spryshed ab. Ich mache mal den Spryshed ab. Ich mache mal den Spryshed ab. Ich will meine Nägel nicht versauen, weil das nur schön lang ist und der geht leichter Ich werde das nicht mehr machen, aber ich werde das nicht mehr machen Wait. Ich glaube, ich muss vorher ein Thumbnail machen. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Thumbnail benutzen werde, aber ich muss gleich noch ein Thumbnail machen. Okay. Es ist nicht so geil, wie es aussieht in der Kamera. Ich habe das schon mal gemacht. Das ist noch eins. Okay. Lässt mich ein Thumbnail machen. Ich bin gleich wieder da. Okay. Das wird jetzt richtig messy. Ich habe es eigentlich extra noch in den Kühlschrank gepackt, damit es ein bisschen besser wird. Ich bin gleich im Fokus. Ich bin gleich im Fokus. Ich bin gleich im Fokus. Nee. 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 Ich hab alles zusammengekommen. Ich bin gleich ein bisschen in die Stadt. Ich bin weiter. Ich bin langsam in der Kühle. Ich habe es sehr gut, aber ich habe es sehr gut, ich habe es sehr gut, ich habe es sehr gut. Letztes Mal war es nicht so süß. Diesmal ist es wirklich übel. Maninärs sind nicht so süß. Maninärs sind nicht so süß. Maninärs sind nicht so süß. Es ist sehr schön, aber es ist sehr schön. Ich kann nicht mehr. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, war es viel geiler. Nein, ich kann nicht. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis dann.